Die Tech-Werte, insbesondere in Amerika, sehr gut gelaufen. Geht es so weiter, das bespreche ich heute mit meinem Gast, extra eingeflogen aus New York, Tim Schäfer. Ja, liebe Zuschauer, wir haben ein neues Gesicht bei uns in der Expertenrunde. Er kommt aus New York, extra heute eingeflogen. Freue mich sehr, Tim Schäfer, magst du dich kurz vorstellen? Ja, also vielen Dank für die Einladung, David. Ja, ich lebe schon seit 16 Jahren in New York und berichte dort einmal als Influencer, aber auch als Redakteur über die Finanzmärkte. Und mein Steckenpferd ist das Buy & Hold und mein großes Vorbild war ein Buffett. Ja, das klingt sehr interessant. Natürlich auch fokussiert auf den amerikanischen Markt. Darum soll es auch heute gehen. Ja, das erste halbe Jahr, schon deutlich rum, Märkte natürlich sensationell gelaufen. Aber wir haben schon auch ein paar Themen, die wir besprechen müssen. Vielleicht wollen wir mit der Inflation und den Zinsen anfangen. Ja, also die Hypothekenzinsen, die haben kürzlich ein 21-Jahres-Hoch erreicht. Und also das ist schon schwieriger geworden, zum Beispiel, wenn du jetzt einen Traum hast, dir ein Einfamilienhaus zu kaufen. Deswegen, für viele ist es wahrscheinlich nicht mehr erschwinglich. Deswegen gehen viele den anderen Weg, müssen halt mieten. Oder sie, naja, wohnen halt gerade die jüngeren Leute länger bei den Eltern. Also da gibt es schon ein paar Veränderungen. Die Leute verändern jetzt ihr Verhalten, weil das ganze Zinsumfeld, auch der Konsum, wird wahrscheinlich dadurch ein bisschen abgemildert. Und die Frage ist, okay, wie schafft die FED das, dass es nicht eine Vollbremsung gibt, sondern die versucht langsam im Grunde auf die Bremse zu treten. Aber gleichzeitig will sie sich auch nicht verschlafen, die hohe Inflation. Also das ist ein schwieriges Spiel. Ja, und was denkst du, wie geht es weiter? Wir haben einige Zinserhöhungen schon gesehen. Glaubst du, wir sind schon an der Spitze, vielleicht Ende des Jahres nochmal? Oder glaubst du, es geht in kleinen Schritten, so wie du gesagt hast, weiter? Ja, die FED hat ja schon Andeutungen gemacht. Die haben gesagt, nächstes Jahr sehen sie wahrscheinlich schon den Hochpunkt, aber man weiß es nicht. Die Inflation ist in manchen Bereichen immer noch hartnäckig. Aber sie flacht schon ab. Man sieht es ja an der Tankstelle und so. Bei Lebensmitteln lässt es auch ein bisschen nach. Aber die wissen das natürlich auch nicht. Aber als Aktionär denke ich immer langfristig. Du kannst das nicht timen. Und dann bin ich halt im Grunde ein Langfristinvestor. Und es ist zwar nervig als Aktionär, wenn du jetzt plötzlich irgendwo Anleihenrenditen kriegst, die attraktiv werden. Aber mich persönlich stört das nicht. Ja, und du sagtest schon, Aktieninvestor eher auf der langfristigen Seite. Wir müssen natürlich auch über die Tech-Werte sprechen, die den Markt sicher auch in Amerika, in der Nestec insbesondere gestützt haben, auch dieses Jahr. Man muss aber auch dazu sagen, lief natürlich letztes Jahr nicht so toll. Das, was du in deinem Portfolio dann sicher auch gemerkt hast, aber als Langfristinvestor vielleicht nicht so schlimm. Ja, wie siehst du die Tech-Branche und die Tech-Werte insgesamt dieses Jahr? Ja, die Tech-Branche, gut, die hat von diesem Jet-GPT, die hat ein bisschen Aufwind bekommen, das heißt ein bisschen extrem. Vielleicht ist es auch ein bisschen gehypt. Wir müssen mal schauen, was bringt die künstliche Intelligenz. Es gibt ja da schon Ansätze, die sehr eindrucksvoll sind. Aber ich glaube, die ganze Umsetzung dauert viel, viel länger. Es fehlt überall an Chips. Deswegen laufen auch die Chips-Werte, die Nvidia, super. Und die ganzen Rechenzentren müssen aufgerüstet werden. Die Nachfrage ist enorm, die können das gar nicht bewältigen. Da gibt es ja auch Lieferengpässe. Und die Cloud funktioniert auch nicht so, wie sie sollte. Die Nachfrage ist enorm. Aber gut, die Tech-Werte haben profitiert. Die ganzen im Grunde Fangaktien laufen fantastisch gut. Da ist vielleicht auch ein bisschen Fantasie drin und ein kleiner Premium auf Preis. Vielleicht schaut man sich als Value-Investor, der Warren Buffett schaut sich natürlich nicht die Tech-Werte. Der ist gut begeistert von Apple. Aber er schaut sich mehr so KGVs an, so um die, was weiß ich, 15, 20 oder so. Der wird wahrscheinlich nicht ein Nvidia kaufen. Weiß nicht, wo das KGVs bei über 100 noch irgendwas. Aber du sagtest schon, Tech-Werte sind auch sicher gut gelaufen. Wir haben natürlich auch keine Glaskugel da. Lauft das so weiter bei den Tech-Werten? Also wie ist deine Einschätzung, ohne irgendwelche Kursprognosen jetzt von dir haben zu wollen? Aber siehst du da die Obergrenze? Du sagtest schon bei künstlicher Intelligenz vielleicht auch schon leicht gehypt. Ja, gut. Also die Leute nutzen schon die ganzen Online-Produkte, die es gibt. Ob das Facebook ist, Instagram. Da ist schon langfristiges Wachstum. Ich glaube nicht, dass das abflachen wird. Genauso bei Google, wenn du dir anschaust, viele Leute nutzen Gmail, Google Maps und alle anderen Produkte, die so Google anbietet. Auch Google Search ist immer noch dominierend. Und das ist monopolartig, was die aufgebaut haben. Ob das Max Zuckerberg ist mit seinem Sozialmedium, ob das Google ist und ob das Netflix ist, Apple und Amazon. Die haben alle so ein Monopol im Grunde geschaffen. Und die sind da schon geschützt vor Konkurrenzen. Die Leute nutzen das wie verrückt. Der Trend geht dazu über, dass die natürlich auch ins Ausland mehr expandieren. Wenn du dir anschaust, Netflix hat Amerika abgegrast. Die gehen dann nach Indien und haben das Potenzial noch nicht ganz ausgeschöpft im Ausland. Da ist noch viel Luft. Ja, und du sagtest vorher schon, ChatGPT wird vielleicht auch die Welt ein wenig verändern. Du schreibst selber sehr viele Texte auch als Redakteur. Testest du auch mit ChatGPT? Oder hast du schon Versuche gemacht? Ja, habe ich mir schon mal angeschaut und ausprobiert. Aber man merkt es vom Schreibstil. Also, meinen Kunden gegenüber könnte ich jetzt nicht schummeln und das einfach nutzen. Es sind auch zum Teil veraltete Angaben da drin, weil die Datenbanken und so, die genutzt werden. Ich weiß nicht, wie aktuell das ist und es sind halt auch immer noch Fehler drin. Also, man muss da unheimlich aufpassen. Ist aber eine super interessante Sache. Ist gut aufbereitet. Bringt die Sachen wirklich auf den Punkt. ChatGPT. Und organisiert das. Also, manchmal mit so Stichpunkten von 1 bis 6 Gründe, warum irgendwas ist oder so. Ich finde das gut gemacht, ja. Ja, so wie du sagst, ChatGPT wird mehr ins Leben einziehen. Wahrscheinlich dauert es noch ein bisschen länger, wie wir denken. Du bist natürlich auch hier im Vorfeld des Börsentags. Ende September wird das stattfinden. Du bist ein Gesicht der Blogger-Lounge. Ich freue mich sehr daran, dass du nochmal zu Besuch kommst, extra aus New York. Und liebe Zuschauer, schauen Sie wieder bei uns vorbei, wenn es heißt Experteninterview hier bei der BXWIS. Herzlichen Dank. Ja, danke David. Am 30. September sehen wir uns ja dann wieder hier in der Schweiz, in Zürich. Dankeschön.